Ja, da sind wir wieder mit dem nächsten Video, ne? Gehen hier gleich mal rein. Nochmal? Ja, zum vierten, mal, fünften, keine Ahnung. Oft waren wir da... Oh, gerade hat's gelaggt. Hast du das gesehen? Nein. Bei mir lagts so lag. Monster-Mörder-lag. Ja, mach am besten immer die Viecher jetzt so kaputt, weil die Nerven sonst so heftig. Blubblubblubblubblubblub. Lol, die Tastatur, ich höre sie so groß. Ja, 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 ja. Ich hab geguckt, die andere genau das gleiche bewirkt wie die andere Taste. Ja, versuch da nicht mehr draufzukommen am... Und jetzt... Volver get killed bei... Der ist wieder raus. Da, ein guter Block. Ich nutz ihn los. Oha. Nee, die sind voll nützlich, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, Mann. Alter, alter. Alter, ab. Sei bitte nicht zu voreilig zu mir. Weinten aus dem Punkt, da hast du das gesehen. Wirkt mal ja reich bei den Teilen. Ich will auch Yoshi Münzen auf der Straße finden. Hau ab. Wer will das nicht... Ja! Hau ab. Hau ab. Hau ab jetzt. Okay, ich komm da wieder zurück und tötet dich. Das ist die Rache des Panzers. Fuck. Fuck. Ach Gott. Was soll das denn? Rutschen. Gar keine Gefahr. Ja, rutsch nicht so viel, sonst stirbst du. Und ich muss dir dann ein Leben schenken. Nein! No, 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 comment. Oh, Mann! Guck da! Ja, nimm mir doch gleich beide. Wie wär's damit? Ja, mach nur. Ist okay, ist okay. Mach nur. Oh, Mann. Alter, wir sind so schlecht. Was ist denn hier los? Los, bossen, du los. Neger. Und wieso kam gar kein Save zwischendurch? Es war bestimmt schon fast das Ende, so. Kurz vorm Ende verreckt. Letzte komische Teil, was sich hoch und runter bewegt. Die Münze! Scheiß auf die Münze jetzt. Nee. Kommen noch viel mehr von denen. Drei oder so. Ey, das ist voll Delay, ne? Manchmal. Delay oder Ziele? Delay, halt so. So. Ja, hat man bei Brawl oft genug. Hilfe, Flair, Maus. Hilfe, 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 Hilfe. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Ja, das Teil steht noch, als zeig ich wieder auf. Sagst du mir aber früh. Das hat man vorhin gesehen. Das hat man vorhin gesehen. Was ist jetzt hier drin? Noch ne Feder. Kekse! Kekse? Wo? Mhm. Oh Gott, wir sind so leise, merkst du's? Wir wollen hier nicht verrecken. Oh oh. Ja, genau das hatte ich auch gemacht. I'm scared. Ach, die Feder ist so praktisch. Komm, 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 schneller, schneller, schneller. Was? Dukyu. Oh, doch nicht. Ich bin, ich bin einfach viel zu pro, wie man das die ganze Zeit schon sieht. Das sage ich ja kurz vor dem Ende. Ne, doch nicht, ja doch. Toll. 30! Oh, bin ich viel, älter. Alter, ey, alter, alter, ihr. Wie kommst du jetzt auf alter, ihr? Ja, alter. Guck, du darfst das Geister ausmachen, weil ich dich so lieb hab. Ja, da hat aber Luigi Angst, sieht man ja schon bei Luigi's Mansion. Ja, und er hat ein, wie, wie hieß das Ding? Dreck weg, nee. Nee, das war bei Mario Sunshine. Ähm. Keine Ahnung. Staub weg. Keine Ahnung, jedenfalls hieß der irgendwie. Spuk weg. Geist weg. 0816 oder so. 0815, wenn dann. 0816 hieß der. Leckt. Bei mir nicht. Bei mir aber, es sind zu viele Boo-Hus. Ich verreck gleich bestimmt an einem. Geh da rein. Geh rein. Mach, Höhne. Die machen nix, die wollen nur spielen. Kannst das doch nicht töten, gell, kaputt machen. Guck. Geh rein, geh rein, geh rein. Du machst mir Angst. Geister. Spring. Spring. Nein. Du musst da das teilen, das weiß ich noch. So. Nicht nach oben gucken. Reingehen. Da, oben dran springen. Spring dran! Jetzt hab ich ein Problem. Das ist definitiv richtig. Jetzt nicht mehr springen. Spring! Hm. Ja. Alter, sei froh! Das Geisterhaus ist scheiße. Gar nicht. Hier gibt's noch irgendwo ein Secret. Gar nicht. Ja, sicher. Das weiß ich noch ganz genau. Das ist zwar mega lange her, aber ich weiß ganz genau, dass es da oben lang ein Secret gibt. Wenn er so jetzt Luigi am Kopfende da oben, da ist noch ein Stage. Sei froh, dass du nicht gestorben bist. Ja, wir können speichern. Gut, 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 gut. Sehr schön. Das heißt... Du, wüsste ich, wann möchtest du sterben? Oh, Alter, das war jetzt meiner Lieblingslevel. Wieso? Weil ich die Musik geil finde. Das kommt aber bei voll vielen Liedern vor. Äh, Stages. Hör auf zu pfeifen. Warum? Weil das eine hohe Frequenz hat. Und in den Ohren wehtun kann. Hat pfeifen so an sich? Nee! Doch. Wir fliegen da. Kein Millimeter bewegen, weil man ist ja schließlich zu faul. Alter! Da unten ist bestimmt was. Ich geh mal unten lang. Toll ist da was. Gar nichts ist da. Das sind Suizid-Koopers. Nein! Oh Gott! Lemming-Koopers. Alter! Oh, jetzt bin ich Game Over. Lemming-Koopers. Schenk mir ein Leben. Sofort. Nö. Das musst du machen. Gebt mir. Beide. Los! Ähm. Ich seh, komm, wir gehen in dem, in dem Teil noch Game Over. Was sagt die Uhr? Was sagt die Uhr? Was sagt die Uhr? Tick-Tack. Töte ihn! Pro! Scharfschütze, hä? Oh ja. So faul zum Springen. Wombo-Kombo und so. Töte ihn. Und stirb nicht an der Stelle, wo ich gestorben bin, bitte. Nein! Da hoffst du was zu sagen, Mann. Alter! Die jetzt schauen kann, dass jetzt nur noch ich spielen kann. Das liegt bestimmt daran, dass wir online sind. Auf jeden Fall sind jetzt die neun Minuten vorbei. Äh. Zehn. Ich hab zehn. Wie auch immer. Keine Ahnung. Jetzt zeig, zeig zehn an. Deswegen sagen wir einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Tschüss.